Wir hauen außer der Reihe jetzt live vor Ort in der Schillerstraße 8, denn dort vom Hotel Drei Löwen stehen Menschen an, um sich für die Münchner Wiesentische ein Ticket zu sichern. Ein Wahnsinns-Wiesn-Paket raus. Stretch-Limousinen, Anfahr-Service für 10 Personen, Essen, Trinken im Winzerer Fahndel, den Tisch, die Fahrgeschäfte kann man auch mitnehmen. Auf der Wiesn-Club als VIP mit Champagner und Co. mehr geht überhaupt nicht. Komplettes Ding. Und die letzten jetzt 10. Achtung. Eine Nummer. Die Nummer 872. Jawohl! Ja! 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 Die soldiers success giverhalten. Ja! Wir sind mit der Erwartung hergekommen, dass es nicht so viele Idioten gibt, die um halb sieben aufstehen. Da ist man einen Tisch für die Wiese kriegt, aber dann sind wir hergekommen und haben ungefähr 200 Leute trinkt. Ja, es war natürlich der harte Wille da. Und ja, dann haben wir hier quasi da, bzw. der Bernd glücklicherweise den Wiesentisch mit der richtigen Losnummer 872 gewonnen und haben alles gegeben? Ja! Ja! 95.5 Charivari München Citradio 100% München 100% Musik von heute